Leute, ihr habt es geschafft, Leute, ihr habt es geschafft, 4000 Abonnenten auf meinen Kanal Sky Apps, Leute, ich hätte niemals gedacht, Leute, dass ich so viele Abos irgendwann mal erreichen werde, beziehungsweise, ja, es ist einfach krank, Leute, aus dem Grund, Leute, gibt es heute was zurück. Es gibt heute für euch was zurück, alles Dankeschön, nämlich, Leute, es kann ein Abonnent von euch eine Google Play Karte gewinnen, im Wert von 25 Euro, Leute, es ist wild, ich sag's euch, wie es ist, Leute, das Einzige, was ihr auf jeden Fall machen müsst, Leute, ist ganz normal, wirklich wie ganz gewöhnlich, ein Like da lassen, Kommentar schreiben, ich möchte gewinnen, Leute, ja, und auf jeden Fall Abonnent sein, auf jeden Fall sind diese drei, ähm, Sachen Pflicht, um zu gewinnen, Leute, und das Ganze werde ich auflösen bei 4050 Abos, Leute, nein, nicht bei 4100, ich hab mir gedacht, nicht so lange warten, oder warum so lange warten, bei 4050 Abonnenten gibt's auf jeden Fall dann, ähm, die Auflösung vom Gewinnspiel, Leute, das war's eigentlich schon, Leute, das war's eigentlich schon, das Video dient nur zur, ähm, Teilnahme fürs Gewinnspiel, Ja, dann würde ich sagen, ähm, sehen wir uns morgen wieder, weiter frische, nirgends die Macht, mit euch sein, Skywalker. Ciao, ciao, ciao.